Na, hört man mich? Okay. Oh shit, ich hab noch das Hintergrundbild von Spark drin. Okay, lasst mich das kurz korrigieren. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? So. Ich denke mal, so ist besser, oder? Das weiß keiner, was ich heute hier streamen will. Okay. Alles klar. Ähm... Jo... Geht's euch so? Alles gut? Mmh... Hm... Okay. Ja, das Spiel, das ist ein Indie-Game, ähm, das ist ein 2D-Plattformer-Abenteuerspiel und, äh, ja, die erste Story mit Lilac, die habe ich schon mal durchgespielt, das war in Elements of Games 2 und jetzt spiele ich die zweite Story durch mit Carol, das ist diese grüne Katze hier, ähm, mit dem roten Halstuch, und, ja. Oh, da hat jemand Geburtstag, hehehe, alles gut, äh. Hast nichts verpasst, hab grad erst angefangen. Ach, guck mal, man muss aussetzen, das finde ich heute natürlich wieder sehr, sehr schade. Aber da kann man nichts machen. Okay, weiter im Text. So. Okay, ähm, dann legen wir mal langsam los. Ich hoffe, man hört das Spiel gut. So, jetzt halt ich mal kurz die Klappe, falls jemand die Story noch nicht kennt, ne. Oh. Wie ist das passiert? Unsere Stücke sind nicht verletzend! Dein Platz ist nicht. Wenn die Todesfüge ist, dann werde ich es glücklich geben! Es gibt keinen Grund, zu sein, Ihre Majestät. In Wahrheit, du solltest dich stolz sein. Ihr sonn ist momentan weg von den Thronen. Dale! Ich habe versucht, Vater. Was willst du mit uns? Wie soll ich das erklären? Ich stehe deinen Sonn mit meinen Wissen. Das wird ihn der größte Regierer der Welt, die du immer kennenzulernen. Und du antwortest, niemanden aber mich. Nein! Mörderer! Sprech! 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 Eine Krise hat uns in der Welt gefallen. Seit Jahren wir uns auf die Königstunde beteiligen, aber ihre Kraft ist fäden. Es kann nicht mit der Krise nach dem Wissen für Energie. Der Prinz von Shrigar, gefeiert mit Schmerz über die Todesfahre, hat Maschinen über die Lande verbreitet, um Energie aus anderen Königinnen zu holen. Tensionen sind aufgewachsen und ich schaue, dass Krieg nicht möglich sein kann. Akuma regt sich auf und Akuma ist weg. Ja, was ist das für ein Spiel? Freedom Planet ist ein Indie-Game, also von einem unabhängigen Entwickler. Ich möchte sagen, das war sogar ihr erstes Spiel. Die erste Story habe ich mit Elements of Games 2 schon durchgespielt, die von Lilac. Und jetzt spiele ich die zweite durch, die von Carol. Und ja, es ist eigentlich die gleiche Story, aber aus einem leicht anderen Blickwinkel. Nur das Gameplay ändert sich natürlich ein bisschen, weil das ganze Moveset ist ein bisschen anders. Der Stream bleibt definitiv online, wenn er fertig ist, also das kann man sich als Video dann immer noch anschauen. Aber selbst wenn man jetzt was verpasst, kann man alles noch nachholen, wenn man möchte. So. Ansonsten... Gibt es noch Fragen bevor ich starte? ... ... ... ... ... Okay, keine Fragen, alles klar. Okay, lesen sollte man können. Okay, dann starten wir mal. Ja, Anatel habe ich schon mal gespielt, aber nicht komplett durch. War nicht so meins. Story mag ich, aber das Gameplay. Nope, nicht meins. Okay. Adventure Mode. So, jetzt ist Carol dran und los geht's. Okay. 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 So, jetzt mal. Wo gehst du? Ich muss sicher, dass sie okay sind. Kannst du nicht eine kleine Miss Hero-Pant eine andere Zeit sein? Keine Chance! Fine, ich gehe selbst. Yippie. Yippie, ich helfe dir. Aber schon einen ersten Unterschied gehabt. Okay. Der Stream geht etwa 3-4 Stunden. Man sieht hier eine leichte Parallele zu Sonic. Okay. Okay. Man merkt schon, das Spiel ist auf Englisch. Aber da können wir echt nichts machen. Das ist... Nein, Akuma hört trotzdem zu. Verdammt! Okay. 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 So. So. Ok. So. You guys. So. Das war's für heute. Das ist nicht mal durchschlagen. Das ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Das war's für heute. Okay. Die Frage stelle ich mir gerade auch. Die Frage stelle ich mir gerade. 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 Wer hat hier was von Essen gesagt? Die Frage stelle ich mir gerade. Die Frage stelle ich mir gerade. Die Frage stelle ich mir gerade. Also, es ist schon passiert. Marizawa senden troops in disguise to the ancient temple. Ich muss sie warnen. Carol und ich sind ziemlich schnell. Wir können da über da für dich gehen. Die Frage stelle ich mir gerade. Ich bin ganz schnell. Ich bin ganz schnell. Ich bin ganz schnell. Ich bin ganz schnell. Was ist das bedeutet? Wir haben keine Ausreden. Wir haben nur gehört, dass der General gesagt hat, dass es nichts mehr zu beschäftigen ist. Aber... ...dass ich mich selbst wiederholen. Die Leute wissen, was sie machen. Warum nicht wir einfach nach Hause gehen? Was sagst du? Ich weiß nicht. Ich fühle mich, dass sie etwas von uns schnauben. Was ist ein Abwehr? Ich fülle mich! Was ist das? Das war's für heute. Das war nicht geplant. Das war's für heute. 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 Das war's supervisor. Das war's für heute. Jetzt kommt's see ин- Minugin. Mach! Das war's für heute. Bastard- Du bist ready! Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist nur ein Schrauch, ich bin gut. Wir sollten uns einen Torque finden und zurückkommen, damit ich es aufzunehmen kann. Das ist so, wie werden wir mehr Geld bekommen? Wir denken etwas. Ich möchte wirklich wissen, warum Spade arbeitet für Mayor Zhao. Maschinen von Geld? Well, Zhao vielleicht weiß etwas über die Assassination, aber das noch nicht erklären, was er für die Stöhne braucht. Ich habe ein schlechtes Gefühl über all das. Was? Someone ist folgenden uns. Was bedeutet das? Wait, jemand mit der Stöhne hat mich aus dem Kaffee. Es muss sein, sie. Sorry, dass ich auf dich schlauchte. Hallo? Ich bin sorry. Keine Angst. Ich versuche, dass wir dich sicher halten. Du bist ein Draken? Ja. Kann ich... kann ich deine Haare touchen? Huh? Oh, okay, das geht nicht. Nein, nein, das geht nicht. Ich war einfach überraschend, ist alles. Komm schon. Ich werde dich nicht schlussieren. Es ist wie eine Röpe. Keine Angst. Ja. Keine Angst. Keine Angst. Vielleicht können wir Freunde sein. Natürlich. Ich bin Mila. Was ist dein Name? Lilac. Das ist ein schönes Name. Danke. Das ist meine Freundin Carol. Hallo. Also, danke für mich zu retten. Aber was hast du hier gemacht? Ich war hier, und dann die Leute kamen. Sie sind nicht sehr nett. Ich sage. Ich sage. Sie wissen, was? Du kannst nach unserem Geheimnis holen. Was? Wirklich? Ja. Niemand weiß, woher es ist, außer uns. Das klingt wie Spaß. Wirklich? 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 Du kannst du hier. Wirklich? Wirklich? Ich wäre da zu negativ? Äакيفant. Der focused Herrisch? Das Gastronomie ist wichtig! Das Gerwig? Das ist meinアword? Ja! Ich kann das�� Beispiele ausdrолет国 klingen 했는데 Der Kingdom Stone hat genug Energie, um die Größe von seinem Armee zu erzeugen. Wenn er es bekommt, wird er unverletzt. Ich versuche, zu überzeugen Ihre Liedern von seinem Existenz. Aber wenn ich sie nicht helfen kann, wenn Brevin seine Hand auf dem Kingdom Stone bekommt, dann habe ich keine Wahl. Ich werde es zerstört. Zerstört es? Du kannst nicht sein. Ich werde es nur zerstört, wenn ich keine andere Wahl habe. Ich versuche, zu meinem Kapitän, auf seinem Gehirn Gehirn, dass ich keine Brevin hätte. Entschuldigung über dein Kapitän, aber du kannst es nicht zerstört. In fact, du musst überhaupt nicht denken, denn ich werde es wiederholen. Ich weiß nicht, wie gefährlich es ist. Es dauert viel mehr als Robots und Aliens zu schlafen. Wenn sie geht, dann bin ich auch. Wenn wir ein Gehirn-Prein-Mantus zusammenbauen können, dann weiß ich was anderes. Ich weiß nicht, was wir können. Um, ich will auch kommen. Ich weiß nicht, wir können dich schlafen Carol's Leben ein paar Mal. Hey! Yay! So the three of you are really gonna help me stop him? Say no more! Team Lilac's got your back! We'll talk about the name later, okay? I'd be lying if I said I was comfortable with this, but I honestly could use your help. You all know this world better than I do. So, it's official, right? Heh, more or less. Welcome aboard, ladies! Yes! Wonderful! Be careful! Good evening, sir. It may interest you to know that the location of the artifact has shifted. Where? It's moving toward a densely populated region to the east. This could work to our advantage. Get me the king's son. Where do your duties lie, Prince? It is my duty to protect my father's kingdom. You would sacrifice your very life for the good of this kingdom, wouldn't you? Yes. And you would crush all those who threaten its safety. We must protect it at all costs. Exactly. The one you call Zhao has taken something very precious. Something that could put your kingdom at risk. You're not going to let him keep it, are you? Revenge is upon us, my fellow kin. We have confirmed who is responsible for the death of our king. Zhao of Shangmu. His plans to steal our kingdom stone must be stopped. Deploy our sky battalion. Hey, up and at him. We've got adventuring to do. Oh, five more minutes. Ow! Good morning, Carol! I was wondering when you'd be awake. You can blame Carol for that. She sleeps for like half a day. Oh, totally worth it. Well, anyway, I got a call from that big panda guy I told you about. He's gonna help us. When is he coming? Actually, we have to go meet him. He'll be waiting for us north of here. Perfect. I fixed my radar last night so we can use it to find the meeting point. Great! Ready, girls? Aye, aye, Captain. To adventure! According to the radar, we seem to be at the right location. Um, I think it's a little off. This way! She's got a good nose. I'll say. Allow me to properly introduce myself. I am General Gong of Shang-Tung. It's an honor, General. The Royal Magister has a proposal. We'd like you to help us get the stone back. It's in the greedy little hands of Mayor Zhao, in our neighbor's city, Shang-Mu. Why do you need our help? Don't you have soldiers and spies and stuff? We want to try and resolve this thing peacefully if we can. So we're sending a neutral party to negotiate. Given the, uh, current state of affairs in Shui Gong, they're out of the picture. So you need us to fly to Shang-Mu and convince Zhao to give the stone back? Precisely. Let's give it a shot. Right. I assume we'll be taking one of these planes. Aha! You do know how to fly it. Of course I do. Good. When you get there, head straight for the city hall. Yes, sir. Hope you're not afraid of hide. I'll be okay. You just had to follow me here, didn't you? How did you know we were coming? You seemed pretty determined to get that stone back. Also, du bist der Thief Lylak, die zu sprechen. Ich wurde schlimmer. Wo ist es? Ich habe bereits gewonnen. Es ist Zeit für meinen Bruder zu spielen. Dein Bruder? Prinz Dale von Schwiegahn. Wirklich? Wenn er den Mann, der unser Vater verletzt hat, gibt es keine Verzüge für den Kringen. Wir wissen, wer ist verantwortlich. Gute versuchen. Will, du hättest einen Moment und lass uns erklären. Was? So, du kannst mich wieder mit deinen Lies abschneiden? Danke, aber ich hatte noch... Jeder, split auf! Wir kümmern ihn mit einem großen Shopping-Mall da. Ich habe es. Okay. Ja, Pinky, das heißt so viel wie Indianer Ehrenwort. Keine Ahnung warum Pinky, aber... Was ist das, was es heißt? Okay. So, welchen Motorrad? Niemals. Wirklich? Das ist so etwas... Wirklich? Ich habe das für einen Punkt. Ich hab den mitten. Wirklich? 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. Alright. Let's dance. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal im Live-Chat gucken. Ja, dass ich in Streams die Charaktere nicht spreche, das sollte eigentlich mittlerweile bekannt sein. Also, braucht man auch nicht fragen, wo die sind. Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Ander kann nicht hören, der größte Regierer in All of Avalis, warum hört er auf einen Three Kingdoms against a common enemy. You'll be a hero! Me? A war hero? Now that you mention it, I could use a few extra hands. So you'll help us then? Eh, what the heck. It's worth a shot. Yay! To the airship! Nice! We get a ride in that? Oh my gosh, yes. But of course, it's equipped with everything you'll need for your trip, including your luxurious living quarters. Good luck, my friends! Thank you! Just imagine it, Carol. There are other worlds out there, just like ours. We should go on a space adventure someday! Don't you think that'd be so cool? Are you kidding? It'd be the coolest thing ever! Heh, I remember saying almost exactly the same thing. Did you have a change of heart? Not really, no. I guess I just wasn't prepared for the sacrifices I had to make. Just gotta keep moving forward with the mission, I guess. No point in thinking about a past that can't be changed. You're right. Um, how's the other girl doing? Mila? Mila? I'm not sure. Can you go check on her, Carol? Okie dokie. I'm gonna get some sleep. Well, I'm fine. You go on ahead. How's it going? I'm... I'm making a wish. Oh, what kind of wish? Well... I really wanna see my mommy and daddy again. Sounds like a good thing to wish for. We're gonna be going inside soon. You wanna come? Ok. Okie dokie. Oh! What's going on? Shoot! We gotta disable those ships and we're toast! Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Das hat Jump'n'Run nicht erfunden, ne? Es gab schon Jump'n'Run Games vor 1991 also. Nur weil's ein Jump'n'Run ist, heißt es noch lange nicht, dass es von Sonic abgepuffert ist. Das war's. 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 I'll pretend, Das war's. 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 Das war's für heute. 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 You just want to... Look! Oh, of course. You, you came back. Das war's für heute. Das war's für heute. Kill the power. You, ready to rock. Okay, okay. Okay, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2018 Das war's für heute. 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 Oh yeah. Das war's für heute. Oh yeah. 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 Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. What's für heute. How about this? Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Oh, 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 ja, in your face. Ich werde das Kingdom Stone nehmen. Ich würde dich versuchen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, damit wäre auch die zweite Story durch. Die dritte kommt dann nächstes Mal, es ist die mit Mila. Wobei aber das Ende ein bisschen non-canon ist, weil wenn genau das mit ihr passiert, was in den ersten zwei Storys passiert, dann könnte man es ja nicht zu Ende spielen, oder? Aber da werde ich dann am Ende von der dritten Story oder nach dem letzten Freedom Planet Stream nochmal drüber reden, wie ich da jetzt die dritte Story finde. Also, naja. So, Mila hat auch ein Level für sich, was die anderen beiden gar nicht haben, also wir sehen dann auch wieder ein neues, vielleicht das erste. Was mir aufgefallen ist gerade, das Spiel hat nur einen Tod gezählt und eigentlich hatte ich aber drei. Nämlich vor Level 8 im Battle Glacier, da gibt es diese Shoot'em Up Stage, wo Carol in diesem Panzer sitzt und da wurde ich eigentlich zweimal gekillt vorhin. Zählt das Spiel anscheinend nicht, nur in den Hauptstages. Interessant. Hm. Naja. Der schwerste Boss ist definitiv der Endboss. So sollte es eigentlich auch sein. Weil, als ich es auf normal gespielt habe, damals, und zwar mit Lilac zumindest, äh, da, ich weiß auch nicht, also ich bin schon öfter gestorben, aber beim Endboss habe ich bestimmt 30 leben gelassen. Hm. Aber ich mag es eigentlich, wenn es so ist, also, solange es fair ist, mhm, naja. Ja. Äh, ne, die Story ist schon gut, die dritte. Aber, ja. Hm. Das Ende ist eigentlich non-canon. Anders kann man es nicht erklären. Äh, ja, 30 Leben. Das nur beim Endboss. Hm. Mhm. No. Tja. Der Boss will einfach nur Seine Ruhe haben. Ja, jetzt kannst du deine Frage über Silber stellen. Au Gott. Let's just leave. Das Ende ist ja. Das Ende ist ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, guck mal, darüber freue ich mich natürlich extrem, ne? Aber du musst dir keine Umstände machen, du kannst auch einfach, naja, ne? Glaubst du, ich lass mich von nem Nutella-Brötchen ablegen? Puh! Weißt du was, hast recht, aber nur 5 Minuten, dann bin ich wieder da. Okay. Tja, wenn Silver ne dunkle Seite hat, dann ist die nicht offiziell. Super Silver gibt's offiziell, aber Dark Super Silver oder Dark Silver oder Chaos Silver? Nö. Nicht wirklich. Die hat da, wenn er zu viele Drachenbäche gemessen hat. Ne, ich glaube, dann ätzen ihm die Lungenflügel weg und der kippt einfach tot um. Oder alle anderen kippen tot um die Gase und so. Äh, äh. 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 Ach, Silver schläft schon seit ein paar Monaten im Keller. Das ist der mal schuld, würde ich sagen. Tja, ich habe hier immer noch diese extrem realistische Zeichnung von Silver. Die brauche ich GamerCat nur einmal hinhalten und schon habe ich ein Continuo. Also wir haben eigentlich einen endlosen Vorrat von den Dingern. Ach ja, so und wenn, also nach dem nächsten Livestream geht es ja dann mit Sonic los. Also, ab, Elements of Games, 9. Im Porno-Köller, natürlich. Verdammt, das erklärt einiges. Was soll das heißen, Akuma? Brauchst du bei Sonic etwa Continuous, um zu gewinnen? Na, bei GamerCat, das habe ich schon eigentlich erklärt. Die Zeichnerin der Comics, die macht im Moment gerade eine Pause und ohne weitere Comics kann ich auch keine Episoden rausbringen. Also, das hat mit Sonic Heroes gerade gar nichts zu tun. Also, ich würde GamerCat auch parallel machen, wenn es mehr Comics jetzt geben würde, aber, also auch unabhängig von Sonic Heroes, aber, ja. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. So, Nutella-Brötchen ist aufgegessen. Jetzt wird hier nichts mehr abgelegt, aber das klar ist, ne? Hm. Das heißt, hier sterben ist keine Kunst. Das ist voll anstrengend und so. Ich meine, naja, man stirbt. Das ist scheiße. Und so. So. So, jetzt aber alle raus hier, ne? Ich meine, Feierabend und so, ne? Ich meine, ja. Kann er nicht angehen hier, dass ich hier bis sonst wann noch belagert werde hier von, 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 weiß ich nicht. Fans und, naja, Zeug und so. Außerdem hole ich mir gleich einen Döner. Ja, auf das Nutella-Brötchen. Das ist mir sowas von egal. Okay, ähm. Dann. Okay, UJ, das kann ich nicht. Jetzt mach hier Schluss. Ja, ist ja gut, Boss. Reg dich ab. Mensch. Also, Leute, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich glaube, ich muss den Livestream jetzt langsam beenden, weil der Boss drängelt. Jetzt schiebst du doch mir in die Schuhe, hä? Ist doch so. Okay. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und, ja, bis dann. Ciao.